Alright, Sakareth Heroic, das ist ein bisschen ausführlicher dieser Guide. Wenn ihr denen eure Gilde schickt, dann wissen die alles was man beachten muss, um Sakareth im heroischen Schwierigkeitsmodus zu töten. Ich habe hier eine POV offen, oder eine VOD offen, wo ich getankt habe in einer Random Gruppe, das ist ein View Rate gewesen. Wir haben jetzt 30 Mann, aber ob man 30 ist oder 20, wird jetzt den Brat nicht fett machen. Der erste Tipp, den ich euch geben kann, nehmt immer ein Heiler mehr mit, als ihr normalerweise habt. Der Boss ist extrem heilintensiv, an Damage wird es meistens nicht scheitern, wenn alle lebendig in die letzte Phase kommen. Wie ihr lebendig in die letzte Phase kommt, das erklären wir jetzt. Wir werden viele kleine Pausen haben, geduldet euch, aber damit wird ihr die wissen, genau was zu tun ist. Sobald der Boss gepullt wird, ist direkt das Erste, was passiert erstmal, dass ein bisschen Damage reinkommt. Das heißt, die Heiler können schon im Pulltime anfangen, so ein bisschen den Raids zu rampen und da reicht es eigentlich aus, ganz normal zu heilen. Über die Bombenmechanik, da kommen wir gleich drauf zu. Da Glittering Surge und der tickt jetzt für 8 Sekunden lang im Raid, macht ein bisschen Damage. Haut da jetzt nicht große, fette Cooedowns raus, nur dafür, weil ihr denkt, oh mein Gott, ich will im HPS direkt auf Platz 1 sein. Das kann man machen, wenn das einer der Heiler macht, ist es okay. Wenn das alle Heiler machen, dann habt ihr hinten raus nichts mehr. Das heißt, sprecht euch ab, welcher Heiler diesen ersten Search mitteilen möchte. Ansonsten ist es sehr empfehlenswert, mein Big Wix Profil zu importieren. Den Link dazu gibt es unten in der Kanalbeschreibung. Dort werdet ihr farblich gekennzeichnet, genau wissen, wann was kommt. Und es sind auch wirklich nur nach chronologischer Order die Fähigkeiten aufgelistet, die wichtig sind und die Casts Balken von Fähigkeiten, die teilweise überlappen, sind ausgeblendet. Das heißt, du weißt wirklich einfach nur, in 5 Sekunden kommt das, in 10 Sekunden kommt das und so weiter und so fort. Wenn ihr jetzt die ersten 14 Sekunden überlebt habt, ist schon mal gut. Danach ist es wichtig, dass der Raid Lighter vor allem euch sagt oder ihr selber euch so aufstellt, dass ihr nach dem AOE nicht am Rand steht. Denn danach kommt das Oppressing Hole. Das wird jetzt alle einmal wegnocken. Und wenn ihr da runterfallt oder euch eine Bombe knocken lasst, nicht so geil. Dieser Oppressing Hole appliziert dieses Drachensymbol. Das ist ein Debuff auf den gesamten Raid. Und die Aufgabe in diesem Phase 1 ist es einfach nur, diesen Kopf loszuwerden, bis das zweite Mal Glittering Surge kommt. In 1,4,3, ungefähr. Das ist bei 1,45 des Kampfes. Denn dann endet die Phase. Das ist die einzige Aufgabe, die wir haben. Wie wir das machen, erzählen wir sofort. So. Als nächstes gehen wir erstmal auf den Debuff ein. Okay. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, diesen Kopf loszuwerden. Einmal, er macht zwischendurch auf Millis. Die Millis können das baiten. Am besten steht irgendwo rechts oder ganz links vom Boss, nicht unbedingt hinter dem Boss, damit der Boss nicht auf die Melee-Bereich diesen Feueratem macht. Der Feueratem kommt jetzt in zweieinhalb Sekunden. Right? Die Millis baiten den Breath. Und zwar jetzt. Da sieht man es, ja. Der wird nach außen gebaitet. Dann hat man mehr oder weniger den ganzen Breath nicht mitten in die Fresse von den Ranges. Was auch noch kommt und was hier gerade gleichzeitig kommt, sind die Disintegrates. Das sind diese, er beschwört so eine Art Abbild von sich. Und aus diesem Abbild kommen, und das muss man gut erkennen können. Das sieht man hier scheiße, aber das müsst ihr gut erkennen können. Diese blauen Pfeile. So, und jetzt ist die Sache. Hier ist der Breath und hier sind diese blauen Pfeile. Egal, in was ihr euch reinstellt, sei es die blaue Pfeile oder der Breath, damit reinigt ihr sozusagen mit Laser oder mit Feuer diesen Drachenkopf. Und ihr müsst nur in einer dieser beiden Fähigkeiten stehen. Und wichtig ist auch noch zu wissen, wie der blaue Pfeil funktioniert. Der blaue Pfeil funktioniert so, dass er immer nur absolut bis genau zu dem Spieler geht, der diesen Pfeil auf dem Kopf hat. Und wer dahinter steht, glänzt sich nicht. Das heißt, die Leute, die den blauen Pfeil haben, werden entweder eine von zwei Sachen machen. Entweder sie ziehen diesen blauen Pfeil ganz nach hinten komplett durch den Raid, damit so viele Leute wie möglich es abbekommen. Das ist allerdings nur jetzt wichtig, da wir ja alle diesen Stack haben und abstacken wollen. Und in allen zukünftigen blauen Pfeilen werden sie einfach in den Rand irgendwo laufen und sich am besten sogar wirklich an den Mob dran stellen. Wenn dieser komische Drache hier ist, sodass der blaue Pfeil so kurz wie möglich ist, damit keiner, der dahinter steht, aus Versehen auch noch getroffen wird. Jetzt gibt es die dritte wichtige Sache. Immer denn, wenn ein Spieler diesen Drachenkopf von sich wegreinigen lässt mit Feuer, gibt es eine Explosion im Raid. Wenn jetzt natürlich, weil alle diesen Debuff drauf haben, man dieses Feuer glänzen lässt oder diesen Debuff, dann explodieren alle im Raid. Das heißt, ich würde, entweder ihr seid sehr koordiniert und ihr zieht alle DevCDs mit allen Mitigations und glänzt alle auf einmal und halt das wieder hoch. Was ich aber lieber empfehlen würde, ist, dass man so ein bisschen aufzahlt. Ja, ein paar Leute jetzt rein, ein paar Leute gleich rein, so ein bisschen gestaggert. Er fordert aber auch Koordination und auch eine Liste, wer noch den Debuff übrig hat. Ihr werdet jetzt sehen, guckt mal in den Raid, der Breath geht jetzt durch, Laser geht, bam. Das war die Explosion, die da durchgekommen ist. Es geht. Das ist Hälfte des HPs, ist okay. So, und jetzt kommen wir direkt zur nächsten Sache und zwar die Bombenmechanik. Die Breathmechanik ist für die Milis, die Bombenmechanik ist für die Ranges. Wenn die Bomben gleich kommen, ist es sehr wichtig, dass die Ranges, es kommen nämlich immer auf zwei Bomben, auf der Mitte kommen sogar drei, dass die beiden Bomben, die spawnen, außen gespawnt werden. Was viele falsch machen, ist zum Beispiel, du bist hier in den Ranged, wenn die Bombe hier spawnt, willst du auf den Boss zulaufen. Das ist falsch, das willst du nicht, weil die zweite Bombe würde mitten im Arsch von dem Boss spawnen. Was du machst, ist also, wenn die Bombe spawnt, erstmal seitwärts oder nach hinten sogar, um die zweite Bombe hinten abzulegen und dann könnt ihr nach vorne. Immer Bombe, seitwärts, Bombe, dann nach vorne. Und das ist wichtig, da kommt die erste Bombe, zack, und guck mal, wo die Leute laufen, alle Richtung Mitte raus, die kommen noch nicht zum Boss, die sind alle hier vorne, zweite Bombe und jetzt kommen sie alle zum Boss. Und das müsst ihr beherrschen, wenn ihr einen Vogel bei euch im Raid habt, der das nicht rafft, weil er die ganze Zeit nur weh drückt, weil er Angst hat, dann müsst ihr demjenigen sagen, Bludi, bleib bitte bei uns und es ist auch dort extrem wichtig, dass der Raidleiter genau das sagt, Bombe kommt in zwei, eins, Bombe eins, zwei, eins, Bombe zwei, jetzt nach vorne. Wenn ihr das so wie so eine militärische Marching Band callt, dann werden die Leute das immer wieder nach eurer Stimme machen, damit das passen. Wenn ihr selber dem Raidleiter das Angebot machen wollt, dann könnt ihr sagen, hey, ich möchte das bitte übernehmen, die Aufgabe mit den Bomben, dann braucht er sich nicht drum kümmern. Und der Rest der Phase ist nur das, die ganze Zeit. Breath kommt, seitlich beten, die Leute darauf aufmerksam machen, hey, wenn ihr noch einen Drachenkopf habt, dann geht einigermaßen rein. Der Breath breathed immer dreimal, das ist wichtig zu wissen, das heißt, ihr braucht nur einmal, zweimal, dreimal, ihr braucht nur in einen von diesen drei Wellen rein, badet da nicht die ganze Zeit drin, wie zum Beispiel der hier, der dreimal drin gebadet, ist fast gestorben. Er hat nur einen, er hat zum Beispiel auch nur einen. Also erinnert die Leute daran, hey, geht ins Feuer, wenn ihr noch einen Drachenkopf habt, must disintegrate kommen, da sind die blauen Pfeile, nicht mitten durch den Raid durchziehen, er rennt ein bisschen raus damit, ist auch okay. Wenn ihr den Debuff abbekommt, ist auch nicht so schlimm, da sind die Laser raus und es kommen wieder die Bomben. Da sind die Bomben in zwei Sekunden, Bomben ablegen, hinten, einmal, seitwärts, zweimal, jetzt nach vorne zum Boss. Da müsst ihr aufpassen, ihr könnt auch durch die Bombe kurz durchrennen, das macht schon gut Schaden, müsst ihr echt aufpassen. Ihr dürft da nicht sterben, das ist halt sehr, sehr wichtig. Jetzt kommen wieder die Laser, da sind die Laser, guckt, wo der Drache spawnen, guckt, wo die Pfeile sind, er rennt raus. Wer jetzt noch einen Drachenkopf hat, stellt sich einfach in diesen Bereich. Das ist nicht nur der blaue Pfeil, sondern den ganzen Bereich von hier bis hier. Das haben sie ein bisschen scheiße indiziert. Ist halt Blizzard-Indikation, ist halt immer so. Und dann haben wir noch einmal Bomben, die Einschläge obviously dodgen. Und jetzt kommt, jetzt würde ich euch erinnern, das ist immer so bei 1,5 Minuten, dann ist noch eine bis 1,45 Kitt die Phase. Die Heiler müssen jetzt anfangen, schon mal wieder in den Raid zu rampen. Der Raid muss getoppt sein, weil es kommt jetzt noch Glittering Surge in 15 Sekunden, das zieht euch gewaltig viel HP ab. Hier muss das zweite Mal alles gezogen werden. Was ich euch immer empfehle, die Einschläge noch zu dodgen, die letzten blauen Pfeile raus aus dem Raid, die den Heilern schon mal sagen, Leute, fangt schon mal richtig an zu pumpen, CDs zu ziehen. So, und nach den blauen Pfeilen, während ihr die Einschläge dodgt, kommt ihr zum Boss, zieht Darkness, Aim-Z, Railing-Cry, Spritling-Tod, alles was ihr habt. Ne, Aim-Z, alles ziehen. Jetzt guckt euch den Raid an, der tickt und tickt und tickt. Hier darf keiner sterben. Wir heilen mehr, als dass der Raid uns tickt. Das ist halt wichtig. Und damit habt ihr die gesamte erste Phase, wir haben jetzt 63%, wenn ihr nicht so viel Damage habt, ist auch okay, ohne Tod zu überlebt. Dass ihr das hinbekommt, ist erstmal super wichtig. Das war Phase 1. Jetzt kommen wir direkt zu Phase 2. Sobald Phase 2 anfängt, wird der hier Stacks Appline von Oblivion. Bei 10 Stacks gehen alle runter. Und jetzt ist auch wichtig, was ihr unten machen müsst. Also, sobald ihr unten seid, spawnen erstmal drei Seele. So, da sind die drei Seele. Eine habe ich schon direkt aufgesammelt, weil ich mitten in den Laufweg sozusagen rein bin. Da sind die anderen beiden großen Seele. Und es gibt diese kleinen Funken auch noch hier. Was ihr macht, ist, ihr sammelt eine große Seele, sammelt zwei, drei kleine Seele. Große Seele könnt ihr auch aufsammeln. So, umso mehr dauert sie immer an. Ich habe jetzt zwei von drei großen und ich habe vier von den kleinen. Das seht ihr auch hier. Das ist dieselbe Repräsentation. Das eine ist eine Wiegauer, die es ein bisschen besser darstellt. Ihr könnt auch hier. Ich gucke meistens da oben hin sogar. Das ist halt von Blizzard selber. Die Anzeige ist fein. Ich habe jetzt noch neun Sekunden, die ich unten bleiben darf. Weil sonst läuft meine zweite Seele aus und dann habe ich wieder null. Das ist halt wichtig, dass man das weiß. Ich habe noch neun Sekunden, oder da die neun Sekunden sogar, wo ich hochkommen muss. Das heißt, ich habe noch neun Sekunden Zeit, so viele Stacks wie möglich einzusammeln. Jetzt habe ich acht, neun und jetzt habe ich zehn. Mehr als zehn geht nicht. Und was man macht ist, wenn der Raidleiter sagt, wir gehen hoch in 3, 2, 1, dass man davor noch ganz kurz, bevor man hochgeht, in die letzte Seele läuft. Der Grund dafür ist, dass man diesen Debuff, der auf 20 Sekunden ist, jetzt nochmal schnell auf 22 refresh und dann hochkommt. Dann bist du oben. Weil dann hast du mit den meisten Stacks mit der allerhöchsten Zeit und das Ding gibt massiv Schaden. Das gibt Hayes und du machst deutlich mehr Schaden damit. Das heißt, alle sammeln unten zehn ein und dann ballerst du jetzt den Boss kaputt. Alle haben zehn Stacks. Jetzt muss nicht nur viel rumlaufen, nicht nur viel quatschen, einfach Damage machen. Der erste Breath geht deswegen wahrscheinlich meistens immer in die Mitte. Das ist wieder eine Range-Mechanik. Also nur Ranges baiten den Breath immer. So, und man folgt dem Boss nicht. Man bleibt da stehen, wo der Boss gestartet ist, denn hier unten kommen jetzt 1, 2, 3, 4, 5 so kleine Mobs. Da sind die Mobs. Und da geht man voll drauf. Man macht die Mobs kaputt und diese Mobs haben auf HC Resigned. Das ist dieses Symbol hier. Das ist ein Buff auf denen. Solange der drauf ist, heilen die sich pro Sekunde, ich glaube um 4%. Das ist ein extrem großer Heal. Aber dadurch, dass wir halt so viele Stacks haben auf den gesamten Raid, können wir die schon töten, bevor die Blossoms kommen. Das ist die Melee-Mechanik. Wie gesagt, die Breath ist wieder die Range-Mechanik. Diese beiden großen Kreise sind die Melee-Mechanik. Das heißt, die baiten alle Melees am besten wirklich im Arsch von diesen Mobs. Denn sobald die großen Mobs durch so eine Fläche durchgezogen werden, verlieren sie diesen Heal-Buff und sind viel angenehmer zu töten. Hier müssen wir das jetzt nicht machen. Wie gesagt, alle haben noch so viele Stacks, dass wir einfach so viel Stärke haben, dass wir durch den Debuff durchballern. Aber für die nächsten Mobs machen wir das auf jeden Fall. Jetzt gibt es noch eine Fähigkeit, die neu dazu ist in HC und das ist Infinite Dress. Das kommt jetzt in 6 Sekunden. Und was man hier macht, ist schon diese typische Aufstellung. Und das ist auch wichtig, dass man die Aufstellung immer respektiert und immer so beibehält. Der Boss steht hier. Die Melee stehen auch hier. Die Ranges stehen hier. Das ist immer in die Flucht nach außen eine Aufstellung. Und derjenige, der die Infinite Dress bekommt, der läuft nochmal hinter die Ranges. Ungefähr hier hin oder da hin oder da hin, ist egal. Und wenn der Dispelt wird, dann werden alle von denen weggenockt. Und alle werden einfach so ein bisschen in die Mitte genockt. Das ist halt wichtig, dass der Spieler das erkennt, wer das ist. Und in dem Fall castet er es. So. Da, Infinite Dress. Boom, da ist es. Man sieht es ziemlich eindeutig. Man sieht es im Raid Frame da. Saints, Smart Hearts. Man sieht mit dem Sternenmark, wer es hat. Man sieht das mit diesem blauen Pfeil, wer es hat. Also wer das nicht sieht, dass er das hat, der sollte gucken, dass er sein Bildschirm anmacht. Und der rennt nach draußen. Und dann 3, 2, 1, Dispelt. Und guck mal, was passiert. Boom, alle werden in die Mitte genockt. Und dann ist es auch wieder wichtig, auf seine ursprüngliche Ausgangsformation zu kommen. Denn wir haben noch 9 Sekunden, bis der Breath kommt. Und der Breath soll nach außen gebaitet werden. Das heißt, hier wieder den Boss mit den Meleys. Hier wieder die Ranges. Alle wieder zurück auf Pose. Alle wieder zurück, 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 zurück. Der Knockback heißt nicht, dass ihr davor stehen bleiben dürft. Und alle Ranges sind ungefähr wieder auf Position. Jetzt kommt wieder der Breath. 2, 1, Breath kommt. Nicht dem Boss folgen. Bleibt hier. Die Ads, die Pools, das sind die Melee Blossoms. Die kommen in 3 Sekunden. So, die Meleys mitten in die Mobs rein. Ich stehe draußen, da kommen wir gleich ein, was das ist. Und da sind die Mobs. Und was man macht, ist einfach, man tankt die Mobs mehr oder weniger in den Spawn. So, die Flächen, wenn die Spawn machen, machen gar nichts. Habt da keine Angst vor. Ihr sterbt nicht. Nur, ihr kriegt direkt einen Oblivion-Stack. Ihr wollt nicht so viele Oblivion-Stacks. Ihr könnt aber ruhig drin baden. Das macht, habt keine Angst vor den Spawn dieser Flächen. Das ist halb so wild. Zumindest auf HC. Ja, also zack. Und ihr seht, in dem Moment, wo die Flächen gespawnt sind, die Flächen sind auch immer kleiner. Also, ihr könnt wirklich am Rand stehen. Haben die Mobs alle ihren Heildieber verloren. Und jetzt platzen sie einfach innerhalb von wenigen Sekunden weg. Die casten zwischendurch noch Cast. Bietet immer Stun, Disorienten, Kicken auf jeden Fall. Da ist der nächste Dress. Schindlong rennt nach außen. Zwei, eins, Dispail, bumm. Alle in die Mitte, alle wieder nach draußen. Dasselbe die ganze Zeit nacheinander. Das ist überhaupt kein Thema. Jetzt gehen wir noch auf zwei Mechaniken ein, die wichtig sind. Einmal die Voidbomben. Die Voidbomb ist auch eine Range-Mechanik. Das heißt, die kann man nur auf Range baiten. Das Problem ist, hier steht ein Range-Leiter in mir drin irgendwo. Weil er gerade beim Zurücklaufen ist. Da zum Beispiel ein Hunter. Hier steht noch ein Hexer. Und da, da ist die Voidbomb. Da spawnt auch immer zwei Stück von. Voidbomb 1 spawnt. Da, mitten in dem Tank. Das ist nicht gut. Normalerweise willst du schon wieder da hinten sein. Voidbomb 1 und Voidbomb 2. So, was man macht, da ist die zweite Voidbomb. Was man macht, ist halt, man kann schon im Spawn stehen. Einer von euch, am besten der, der mehr IQ hat als alle anderen, sammelt diese Voidbomb auf. Ihr könnt schon im Spawn stehen. Wenn der Markus oder der Stefan oder die Fatma ziemlich gut ist, dann sagt er, komm, steh da drin. Im Spawn, dann kriegt er automatisch die Bombe. Und guck mal, was unser Mage hier macht. Er nimmt die Bombe auf und er möchte diesen Stack auf 10 bekommen. Damit er in diese untere Zone geschickt wird. Weil unten soll die Bombe explodieren. Und dafür hat man genug Zeit. Man muss nur irgendwie gucken, dass man auf 10 Stacks kommt. Die angenehmste Variante ist, wenn man hier in diese Fläche läuft, kriegt man Stacks. Wenn man hier in diese Fläche läuft, kriegt man auch Stacks. Und wenn man in diese Doppelschneidefläche läuft, kriegt man doppelt so schnell Stacks. Das heißt, er läuft da extra in diese Fläche rein und sagt mir, guck mal jetzt hier, Olaf, ne? Schaut euch das an. Da, bam, zack, ich schon unten. Das geht super schnell. Ja, hier, Lil hattert den auch, geht auch in die Fläche rein und wartet ein bisschen da drin. Und zack, er ist auch unten. Unten wartet man so lange, bis die Bombe ausgelaufen ist. Die explodiert dann unten statt oben bei uns in der Zone und alles ist gut. Unten dasselbe machen wie immer. Unten die kleinen Seelen einsammeln, die großen drei Seelen einsammeln. Und sobald die Bombe explodiert ist, wieder hochkommen. Jalla, da ist nicht so viel Schwierigkeit. Wichtig ist nur, dass ihr Leute habt, die das wirklich regelmäßig machen. Es kostet euch zwar Schaden, ist okay, aber ihr kriegt dafür unten auch die Stacks jedes Mal neu. Das war's. Die letzte Fähigkeit, die der Boss noch kann, ist der Tank-Debuff. Den will ich auch nochmal zeigen. So. Also, ich tank dann gleich den Boss. Wenn der schon hier an der Stelle ist. Moment. Genau. Also, ne. Tank-Debuff kommt in drei Sekunden. Zwei. Eins. Und Void Claws. Bumm. Ich hab mir eine Wiegauer gemacht. Normalerweise sieht man es auch hier. Oder auch hier. Ne, da sieht man es nicht mehr. Aber ich hab mir eine fette Wiegauer gemacht. Wenn ihr wollt, kann ich... Ne, im Stream-Frag kann ich die auch sharen. Die ist ziemlich eindringlich, weil die macht auch einen riesen Sound. Ich hab jetzt 16 Sekunden Zeit. In diesen 16 Sekunden muss ich nur gucken, dass ich gegen Ende raus aus dem Raid laufe. Jetzt guckt mal, was die Wiegauer macht. Hört mal zu. Wenn ihr CDs ready bekommt, nicht unbedingt jetzt noch ziehen. Bloodlust kommt in circa eine Minute. Die gibt dir einen riesen Gong. Das Ding wird extrem groß, dass du wirklich spätestens dann anfangen solltest, aus dem Raid rauszulaufen als Tank. Weil bei null Sekunden wirst du diese Kreisexplosion um dich herum haben. Und das darf einfach nur nicht im Raid hochgehen. Simple Sache. Gar kein Thema. Müsst ihr einfach beachten. Das war's. Also, Breath nach außen baiten, Blossoms in die Ads baiten, die Bomben nach unten tragen und der Tank räuft raus. Das sind die vier Sachen, die man beachten muss. Infinite Dreads nach außen, fünf Sachen, die man beachten muss. Das war's in der Phase. Eine extrem leichte Phase. Da ist nicht so viel los. Aber das solltet ihr hinbekommen. Auch hier darf keiner sterben, keiner runternocken lassen. Und jetzt kommen wir zum kniffligsten Punkt von dem Boss und dem ganzen Guide. Und zwar, wie läuft der Übergang, was müssen wir machen? Also, wenn ihr wollt, könnt ihr, wenn der Boss in die Mitte geht, das nach Zeit ist, Stage 2, bei 30 Sekunden, oder wenn er, ich glaub, 40% erreicht waren's, Brute Force, hier nochmal auf jeden Fall auf die Ads gehen, weil der Boss ist sowieso kurz davor zu phasen. Und man will die Ads töten auf jeden Fall. Zack, kurz. Das kann man auch machen. Habt ihr das gesehen? Das ist super angenehm. Die Ads spawnen. Und wenn man da so einen Typhoon oder so einen Flügel-Knock, irgendwas hat, einen Ring, dass man die einfach mal in die Flächen rein-Knockt, zack. Und da, brr, alle haben diesen Stack verloren. Super geil. Weil die Blossoms, die Dritten, die dauern, bis die spawnen. Und so lange hat man halt kein Damage. Also, wenn ihr da jemanden habt, der das machen kann, ist auch gut. Der Boss hat 40%. Man sieht's hier, 39,9. Der geht schon mal in die Mitte. Normalerweise wird der das nach der Zeit machen. Aber wir haben jetzt so viel Damage, dass er das nach AP macht. Und jetzt ist wichtig, dass ihr beachtet, was hier jetzt passiert. Wenn ihr wollt, könnt ihr in dieser ganzen Phase auch nochmal kurz runtergehen. Aber am besten davor. Würde ich euch aber nicht empfehlen. Macht das einfach nicht. Braucht ihr nicht. Aber die meisten, die halt wirklich einen Speedkill machen, gehen nochmal runter. Sammeln sie nochmal 10 Stacks auf. Jetzt ist extrem wichtig, dass ihr beachtet, was hier passiert. Erstens, der Tank muss draußen bleiben. Wir haben hier die Lide. Das ist super. Hört genau zu. Wir haben hier ein X. Dieses X ist an der Stelle gemarkt, wo der Boss gepullt wird. Also, wenn ihr nicht genau wisst, wo das X ist, guckt einfach, wo der Boss am Anfang vom Kampf steht. Und macht da einen X hin. Als Worldmark. Fertig. Und was er jetzt macht, ist, dass der aktive Tank nicht dem Boss entgegenläuft. Er will wirklich hinten stehen. Er will niemals, dass der Boss stehen bleibt. Deswegen, ich laufe entgegen. Ich laufe, 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 laufe. Er castet jetzt Infinite Duress. Was die meisten Tanks falsch machen, ist, oh, der Boss bleibt stehen. Ich laufe wieder zurück. Das ist nicht richtig. Er castet nur Infinite Duress. Und danach läuft er wieder weiter. Drei. Zwei. Und dann genau diese zwei Schritte, die er macht nach dem Infinite Duress, sind wichtig. Das ist das, die Toleranz, die man hat hinten an Lücke. Und viele unterschätzen einfach, wie wichtig das ist, dass hinten so viel Platz wie möglich ist. Das heißt, der Tank ist derjenige, der dafür sorgt, dass erstmal hier eine Lücke entsteht. So. Wie der Tank jetzt wieder zurückkommt, ist seine Entscheidung. Was ich mache, ist, ich leap in die Mitte und nehme das Gateway. Man kann auch einfach W drücken. Man kann auch einfach nach oben hin raus. Das ist, wie ihr das macht. Ihr könnt auch einfach drin stehen bleiben. Das macht nicht so viel Damage als Tank. Mit einem kleinen CD könnt ihr auch einfach hier drin stehen bleiben. Ich gate. Man kann auch sich grippen lassen irgendwie. Schaut zu. Und jetzt ist es wichtig. In dem Moment. Er hat ja vorhin Infinite Duress Applied. Alle sind auf diesem X. Und man hat noch genug Platz, dass derjenige, der den Debuff hat, nach ganz außen rennt. Hier. Deswegen habe ich hier Mond gemarkt. Und damit gecallt. Dispell in drei, zwei, kassiert er. Dankeschön. Drei, zwei, eins. Moment. Wir müssen mal hier. So, jetzt ist es wichtig, dass ihr nicht dispellt, wenn die große Fläche verschwindet, sondern ihr dispellt, wenn die Einschläge kommen. Das ist extrem wichtig zu beachten. Viele dispellen jetzt schon hier. Das ist falsch. Nur weil das weg ist. Jetzt müsst ihr dispellen. Diese kleinen Meteore. Ihr habt genug Zeit, da rauszulaufen. Ihr dispellt. Bupp. Und rennt raus. Und derjenige, der dispellt wird, der kann gegrippt werden oder rennt seitlich raus. Oder wenn er stirbt, ist auch nicht so schlimm. Und jetzt ist es Zeit, Bloodlust zu ziehen, Pots zu ziehen, alles zu ziehen, was ihr habt. Ich hoffe, ihr habt alle CDs in der Phase 2 aufgespart und nicht genutzt, damit ihr das jetzt ready habt. Bei 4.26 sind wir jetzt hier angekommen. Manchmal kommt es so bei 4.30, 4.40 runter. Das ist fein. Und was du jetzt machst, ist diese Swirlies zu beachten. Guckt auf diese Swirlies. Die dürft ihr nicht einfressen. Und ihr haut Damage des Todes auf den Boss. Ihr müsst den jetzt einfach töten. Da ist nicht mehr so viel los, wenn ihr das bis jetzt beachtet habt. Hurling Barages sind diese Pfeile, die vom Rand aus auf zwei Spieler kommen. Die rennen einfach rechts oder links raus. Das ist nicht so wichtig damit. Und wir haben hier den ersten Meteor. Diesen Meteor kann man sich einfach soaken. Also alle stellen sich rein. Er geht hoch. Bumm. Das ist der Damage, der drauf auf den Leuten kommt. Wenn man das soakt, das ist fast nichts. Also habt keine Angst vor dieser Fläche. Aber sobald ihr die geshoakt habt, wird die schwarz. Und dann müsst ihr raus, weil danach explodiert sie nochmal. Zack, raus. Jetzt explodiert sie nochmal. Und... Bumm. Da darf keiner drin stehen. Weil dann würde man sterben. Das ist halt wichtig, ja. Also nochmal. Die Phase fängt an. 2, 1. Dispel. Alles Damage auf den Boss. Und Einschläge dodgen. Die Hurling Barrages. Das sind 2 Leute, die Pfeile auf den Kopf bekommen. Die rechts und links aus dem Raid raus. Ohne den Pfeil vom Rand durch den Boss zu ziehen. Und diesen Meteor stalken. Man kann den auch solo nehmen. Mit Spellbob, mit Iceblock, mit Bubble, mit Immunities. Wie auch immer. Man kann den auch sterben lassen. Ist nicht so wichtig. Aber einfach ein paar Leute stalken. Gut ist. Wichtig aber dann wieder raus zu rennen. Das ist nicht... Das muss man auch beachten. Und was dann kommt, ist... Sobald ihr das gespielt habt, kommt Hyde. Bedeutet, er wird immer von derselben Richtung. Das ist immer derselbe Stern. Der explodiert. Und was ihr macht, ist... Ihr versteckt euch im Schatten von diesen Foundations, heißen die. Diese Dinger, diese Meteore, die ihr gespeppt habt, die schützen euch hier mit diesen Strahlen. Und diese Strahlen hören hier nicht auf. Ihr könnt auch hier stehen. Oder da stehen. Oder da stehen. Solange in dieser Linie ihr steht, seid ihr safe. Also wenn ihr da steht, dann bleibt das stehen. Das ist völlig fein. Solange ihr diesen Knockback-Effekt nicht mehr habt, seid ihr fein. Ihr braucht nicht nach ganz oben hinlaufen. Macht euch Damage noch. Steht hier. Es gibt einige Minis, die da oben hinrennen. Die machen einen Fehler. Bleibt ruhig. Guck mal, wo ich stehe. Es passiert gar nichts. Ihr könnt einfach da stehen und Damage machen. Der Boss ist jetzt schon nach dem ersten Hyde auf 20%. Das ist ein guter Schaden. Und was jetzt passiert, ist auch nochmal wichtig. Jemand kriegt Infinite Durance. Derjenige wird nicht dispelled. Denn in drei Sekunden kommt Ascension. Ich habe einfach rechts... Das ist auch wichtig. Ich habe einfach rechts nochmal zwei Marks gestellt. Ich ziehe den Boss in dieser Laufrichtung ein bisschen weiter weg davon, damit man auch dieselbe Lücke hinterlässt. Beim ersten Mal. Ja, ich stehe schon gut so. Es ist ja nicht ganz in der Mitte. Ich bin so ein bisschen weiter von der Mitte weg. Damit man hier genug Platz hat. Auch dasselbe Prinzip. Derjenige mit dem Blau geht dahinter. Wir warten auf die Einschläge. 4, 2, 1, Dispell und wieder Voll-Damage auf den Boss. Und eigentlich tötet man den hier. Wenn ihr den hier nicht tötet, dann einfach die ganze Rotation nochmal spielen. Vorsicht, zuhören. Das Infinite Durance für die dritte Ascension, die ist so früh, dass ihr die vorher dispellen müsst. Das kann durchaus passieren. Also da einfach dispellen, wieder zusammenlaufen, dann an den Rand. Und wenn diese lila Flächen spawnen, einfach weh drücken. Ihr könnt dann einfach laufen, da braucht ihr kein Knockback für. Das werden die meisten den Damage nicht haben, deswegen wird das nochmal kommen. Ansonsten tötet ihr den hier einfach. Ich habe zwei Sachen noch nicht erwähnt, weil das zu viel gewesen wäre. Auf die gehen wir gleich ein. Aber ansonsten seht ihr hier Hurling Barrages. Mal gucken, ob wir die besser sehen diesmal. Schauen wir mal, ob die spawnen gleich in vier Sekunden. So, das sind die Bomben, darüber reden wir auch gleich. Da, Hurling Barrages, da sieht man, da spawnt der diesen blauen Pfeil. Seht ihr den? Da ganz hinten am Rand. Da ist so ein großes, so eine Art Loch. Und dieses Loch schießt einen Pfeil mitten durch den Raid. Derjenige, der halt diesen Pfeil hat, sollte zusehen, dass er den Pfeil nicht mitten durch den Raid zieht, sondern einfach da oben raus oder da unten raus, hier auch mal einfach da oben hin irgendwo ziehen, wer den Pfeil hat. Der zum Beispiel hat das, der läuft jetzt auch. Der auch. Lil Hand hat das auch. Barrages rennt jetzt seitlich raus, weil sein Pfeil ist, glaube ich, von wo, können wir auch gleich zwei, eins, mal gucken. Da, ja. Man hat es genau gesehen, das kam von da oben, ist dadurch durchgelaufen, muss man einfach, das ist eine sehr simple Mechanik. Auch wenn das durch den Raid durchgeht, tötet es nicht, macht nur ein bisschen Damage, seid da nicht so klauen. Das ist halt wichtig, dass ihr aufpasst. Hier gibt es nochmal einen Hide, da muss man aufpassen. Hier ist die Sache, normalerweise hätte man mit der Black Hole, die vorhin kam, die Formation, die gerade da ist, hätte man klären sollen. Äh, denn umso mehr Formationen man stehen lässt, umso stärker tut das weh, sobald man sich hier versteckt. Seht ihr? Guckt mal den Raid jetzt, passt auf und babababababababam. Das tut schon ziemlich weh, wenn so viele Formationen da sind, aber auch das ist völlig gut heilbar. Boss ist jetzt gestorben, wir haben ein paar Sachen noch nicht erwähnt, auf die gehen wir nochmal ein und gehen Phase 3 nochmal ganz in Ruhe durch. Aber ihr seht schon, Phase 3 ist nur dann einfach, wenn ihr wirklich mit allen Lebenden ankommt und genug Schaden habt. Das ist halt ultimativ wichtig, dass er da diesen Schaden bringt, den man hat. So, hier dasselbe nochmal. Also, wir haben den Dispel, ab in die Mitte. Wichtig ist jetzt, was ich nicht erwähnt habe, direkt nachdem man genockt wird, kommt nach 3 Sekunden der erste Tank Frontal. Und der Tank Debuff ist diesmal ein Spalten-Effekt, ein Cleave. Das heißt, es ist ultimativ wichtig, dass niemand davor steht. Keiner darf vor dem Boss stehen, wenn er diese Attacke jetzt macht. Da, ne, der ist nicht da. Void Slash, bam. Das ist nur auf den Tank gegangen. Und was man macht, ist, dass der andere Tank jetzt spottet und der Tank hat jetzt auch eine Bombe auf sich. Auch wieder diesen Balken mit 19 Sekunden. Und er muss einfach nur gucken, dass er in diese Swirlies läuft. Jeder Swirlie gibt 5 Oblivion-Stacks. Oder, wenn er keinen Bock dazu hat, dann stellt er sich einfach hier oben rein, bis der unten ist, explodiert mit der Tankbombe unten, kommt dann wieder hoch. Sehr simple Mechanik für den Tank, braucht man nicht viel beachten. Und, ähm, aber man muss es halt beachten, sonst ist Vibe. Die zweite Sache, die es auch noch gibt, hier nebenbei, während Black Hole gesuckt wird, während die Formation abgelegt werden, etc. Das auch noch Bomben spawnen. Ja, da Void Bomb 1 und Void Bomb 2. So, hier spawnt eine, da spawnt eine. Die muss auch jemand aufnehmen. Da, zack, Raki hat die aufgenommen. Und die da oben hat ein anderer aufgenommen. Ich weiß nicht, wo es ist. Und auch der, was er macht jetzt, ne, er rennt in dieses Swirlies rein mit Absicht. Er hat die Bombe, er will runter. Er kann sich entweder da reinstellen, dann kriegt er ganz langsam 1, 2, 3, bis er 10 hat. Oder er stellt sich da rein, hat direkt 5, dann stellt er sich da rein, hat nochmal 5. 5 plus 5 sind 10, dann kommt er runter, guckt ihn euch an und zack, weg ist er. Das war die zweite Fläche. Und unten wird er ganz in Ruhe explodieren. Naoriko hat er den zweiten. Die beiden explodieren unten in Ruhe, kommen dann hoch, sobald oben alles sicher ist. Und die Bomben sind gut getragen. Das war's. Guckt euch nochmal wirklich vor allem die letzte Phase alles an. Wiederholt das. Guckt euch Kill-Videos an. Und guckt mal ohne die Kommentatur von mir in Kill-Videos, dass ihr jeden einzelnen Schritt nachvollziehen könnt, was man machen muss. Und dann ist der Boss auch wirklich kein Problem mehr. Damage ist, wie gesagt, wichtig. Keine Tote in P1 ist extrem wichtig. Dann sonst P1 nochmal üben, bis ihr das habt. Und damit habt ihr dann endlich euren eigenen Curved verdient. Viel Spaß. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020